Ich habe gestern was... Hallo Leute und herzlich willkommen zu einem neuen Video. Heute mal wieder aus dem VR-Leben der Wahnsinn nach etlichen Monaten. Ja, es hat sich ein bisschen was getan. Ausstattungsmäßig. All die Leute auf Instagram wissen es ja schon. Die haben das ja schon gesehen. Die haben auch schon das erste Video gesehen. Ähm, ich habe nun eine DJI Pocket 2. 4K, 60fps, also wirklich... Ich hab das... Ich hab mal am... Ich hab gestern was... So, ich halt euch jetzt einfach in der Hand. Ähm, ihr seid da zwei Momen gekratzt, ich muss euch einfach in der Hand halten. Ich hab gestern schon mal was auf YouTube hochgeladen zum Test. Alter, das Bild, das ist so geil. Das ist einfach so geil. Okay, ich bin jetzt auf dem Weg nach Frankfurt. Ich bin jetzt gerade auf der A661. Gerade hat schon einen kleinen, ähm, lustigen Moment. Ich hatte gerade schon den Moment, ich wollte gerade den Retarder betätigen beim Fahrzeug, indem ich diese Tasse drücke. Hier ist bei meinem Lenkrad. Hier ist bei meinem Lenkrad. beim ETS der Retarder. Da ist der Retarder bei mir. Ich bin total überheld. Und jetzt wollte ich da vorhin... Ich wollte, ähm, ein bisschen abbremsen und wollte aus Reflex irgendwie einen Retarder reinmachen. Aber warum auch immer. Ein Fahrzeug, ein PKW hat keinen Retarder. Ja, das ist mir dann auch eingefallen. Ja, ich bin gleich da. So, es ist Sonntag. Wir haben es 20 nach 11. Und ich hoffe, ihr macht heute nicht so viele Leute rum. Weil, ich war gestern ja schon mal hier, hab schon mal ein bisschen die Kamera ausprobiert. Alter. Es ist zum Kotzen gewesen. Es ist echt zum Kotzen gewesen. So, hier bin ich. Ich bin wieder in Frankfurt. Hab ich ja schon erwähnt, ne? Bin wieder bei Mercedes. Einfach mal LKWs gucken wieder. Gucken, was hier so rumsteht. Wenn sie mich nicht mit dem Mistgabel hier raushauen, ist alles gut. Aber hier haben wir doch schon direkt was Schönes. Aber kann das irgendwie sein, dass das irgendwie das neue deutsche Mautgerät ist? Ich sehe die alten so gar nicht mehr. Also ich hab echt, diese alten, länglichen, wie ich auch jetzt im ETS-Mod hab, die siehst du irgendwie gar nicht mehr. Das Besondere steht hier aber heute auch nicht rum. Ganz schicke Farbe eigentlich. Aber, ja, besonders ist es nicht. Hier stehen ganz viele für den Boahack. Jetzt müssen hier Leute rumfahren. Die gucken einen an. Die tun auch so irgendwie, als wäre man irgendwie der komischste Mensch auf Erden. Ich verstehe es nicht. Da sieht man, dass so Leute mit der Kamera rumlaufen. Ich fahre demonstrativ dran vorbei. Was auch immer die man bezwecken wollen. Was auch immer die man bezwecken wollen. Ich verstehe es nicht. Es regt mich auch immer wieder aufs Neue auf. Die haben wir auch. Also die finde ich ja auch echt check. Wenn es nicht sogar die sind, die ich letztes Mal schon gefilmt habe, nur jetzt mal beschriftet. Also schwarz finde ich schon geil. Die hat so Felgen finde ich geil. Der hat aber nicht die neuen Blinker. Die neuen LED Blinker auf der Seite. Die finde ich schön. Dann fahren sie wieder weg. Und ich habe es ja letztes Mal schon gesagt. Ich finde diese Scheinwerfer so richtig cool. Mit dem Tagvollicht drin. Und wenn halt das Tagvollicht, der Blinker hier mit integriert ist. Was ich letztes Mal ganz vergessen habe zu erwähnen. Das hier. Für die Leute das nicht wissen, das ist der Abbiegeassistent. Der sieht aus wie ein Kippschalter. Hat der LM weitseitig. Das kann ja jetzt auch. Von den Mercedes stehen hier. Eins, zwei, drei, vier, fünf, sechs. Ist da irgendeiner versteckt? Nö. Nicht so wie letztes Mal. Aber ich nehme an, das wird dieselbe Firma sein. Die neue Borgflotte. Also in Rot sehen die ja auch schon richtig gut aus. Also das muss ich einfach mal so sagen. 1845. International Truck of the Year 2020. Ja. Mal gucken, ob ich hier war. Irgendwie. Ich hoffe, ich hoffe, man konnte was sehen. Gegelnagelneu. Aber das scheint doch auch neu zu sein, oder? Dass die Schläuche da so einfach reingelegt hat. Oder hat das der Akto schon gehabt? Ich weiß es nicht. Ist auf jeden Fall besser, als das einfach mal festzuklipsen. Also in Rot würde ich direkt dann mitnehmen. Das sind jetzt hier eins, zwei, drei, vier, fünf, sechs, sieben, acht, neun, zehn, elf, zwölf, dreizehn. 13 Stück von denen. 13 Stück. Weil hier stehen die paar. Da steht da einer noch extra da hinten. Und dann steht hier hinten auch noch einer. Da stehen auch noch ein paar. Die habe ich ja gar nicht gesehen. 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20. Tatsache. 20 Stück. Oh, da haben wir noch. Oh. Ich glaube, für die Firma Timelog24 ist das. Meine ich. Keine Schleichwerbung. Ich kenne die Spedition einfach nur. Oh, das ist ein lecker Stück. Guck mal bitte. Style Line. Das hat nur die normalen Stoffsitz. Aber das sind die Scheibenwahl, für die ich so geil finde. Das sind die Scheibenwahl, für die ich so geil finde. Die hier. Das finde ich so geil. Aber allgemein, die finde ich das Auto richtig schick. Leck mich am Arsch, Alter. Hohoho. So, und das sind auch die Blinker, die ich gemeint habe. Hier. Den würde ich direkt mitnehmen. Den würde ich direkt mitnehmen. Hui. Der gefällt mir. Aber bei mir 10, das war es das jetzt erst mal. Gibt es nicht so viel zu sehen. Dann werde ich noch ein bisschen quatschen. Ich mache jetzt mal ein Foto von dem. Mal gucken, ob ich da drin aufgenommen bekomme. Ich bin mal sehr gespannt. Ja, also bei Mercedes war ich jetzt. Ich bin einfach mal am ausprobieren, wie die Kamera so ist. Also ich bin der Meinung, die ist richtig gut. Und ich habe auch bis jetzt eine positive Resonanz gehört von den Leuten, die das Video materiell jetzt gesichtet haben. Das Teil hat vier Mikrofone. Vorne, hinten, links, rechts integrierten Gimbal. Also wer die Pocket, DJI Pocket nicht kennt, ist jetzt die zweite Version. Die erste hat ja schon total verblüfft, weil es halt einen integrierten Gimbal mit Kamera hat. Und ach, ich weiß gar nicht, was die erste konnte. Ich wollte die erste ja schon haben. Aber es ging einfach nicht. Jetzt geht's. Ich habe mir die Pocket 2 direkt geholt. Die kam jetzt irgendwie vor kurzem mal raus. Und ich finde die einfach echt geil. Also ich muss ehrlich sagen, ich habe mich verliebt in das Teil. Weil das ist einfach schön. Das ist einfach mal schön, auch mal eine anständige Bildqualität abzuliefern. Ich habe ja hier das erste Video, was ich hier gemacht habe aus Frankfurt. Das ist ja dasselbe Industriegebiet. Das war ja hier im selben Industriegebiet. Und da hatte ich halt diese Actioncam. Also wo ich dieses Videomaterial gesichtet habe auf dem Computer. Ich habe mich so geärgert, wie man so an der Kamera bauen kann. Ich sage den Hersteller bewusst jetzt nicht. Aber ich habe gedacht, das ist ein etablierter, souveräner, seriöser Kamerahersteller. Ja, im Arsch. Also ganz ehrlich, das war so eine Grottenqualität. Das Bild, das Bild, das war eine Verarsche. Das konntest du keinem eigentlich antun. Es ist so schade, dass ich das hochgeladen habe. Ich habe mich da so geärgert. Glaubt ihr mir gar nicht. Ich habe es ja auch in der Videobeschreibung geschrieben, dass ich doch lieber mein Handy genommen hätte, mein Samsung Galaxy S10 Plus, mit dem ich das Video bei MRN gemacht habe. Weil da war die Qualität tausendmal besser. Auch wenn das Bildformat ein bisschen klein war, finde ich. Also das Bildformat nicht, aber das Bild allgemein war ein bisschen klein. Das hat für mich auf YouTube dann auch ein bisschen komisch gewirkt, als ich das Video von MRN hochgeladen habe. Aber die Qualität war besser. Ja, und jetzt hier. Anständige Qualität. Hat zwar hier einen Preis gehabt, 360 Euro. Aber ich sage mal so, die habe ich gerne ausgegeben dafür, dass ich jetzt ein anständiges Bild habe. Auch wenn es jetzt die ganze Zeit wahrscheinlich überstrahlt war. Ich habe ein anständiges Bild, habe einen anständigen Ton mit viel Mikrofon. Also ich habe das alles angehört. Ey, ich war so begeistert. Also eine Sache, die mich ja hier in Frankfurt allgemein mega aufregt. Das Industriegebiet ist so dreckig. Das ist so dreckig. Guck mal bitte. Warum? Warum? Da ist der Recyclinghof. Da ist der Wertstoffhof. Und die kriegen das nicht geschissen, das da hinzubringen. Wahrscheinlich mal zu lange dauert oder sowas. Die Reifen sind die Straße entlang verteilt. Ich meine, da vorne liegt auch noch ein Stapel. Warum? Ich filme das jetzt einfach mal. Guck mal, wie das hier aussieht. Weil sie alle nicht bei Macis fressen können. Weil sie alle ihren Scheiß dann irgendwo in den Pampas schmeißen. Da kriege ich es kotzen, wenn ich sowas sehe. Da kriege ich es kotzen, wenn ich irgendeinen Typen mal erwische. Dann schmeiße ich die ganze Scheiße wieder rein. Die ganze Scheiße schmeiße ich dem wieder in die Karre. Das ist mir sowas von egal. Das ist einfach ein No-Go. Ja, man darf nicht bei Macis drin essen. Ja, ist ja alles schön und gut. Aber man muss nicht seinen ganzen Müll in die Weltgeschichte rumschmeißen. Es gibt überall, gibt es noch Mülleimer. Boah, da könnte ich ausrasten. So, jetzt bin ich bei Heweco angekommen. Frei. Ja, kurz umschalten. Ja. Was ich aber auch gesehen habe. Bitte. Alter. Der hinkt ganz schön in der Luft. Ja. Guck mal hier. Noch was für Dirk. Fass sie gerade. So, ich bin jetzt nochmal bei DAF. Aber hier wirklich. Großartiges gibt es hier nicht zu zeigen. Das Einzige, was da durchschimmert, ist der da. Aber hier stand ich ja letztens und hab so ewig gequatscht. Aber das versteht immer noch. Also wenn ihr irgendwelche Ideen habt, was ich filmen kann. Oder wenn ihr einen LKW habt und sagt, jo, Bock vorzustellen. Ich mach das. Also wenn sich, wenn alles passt, meldet euch. Meldet euch bei mir. Dann kann man gerne was für abdrehen. Und dann kann ich gerne mal einen LKW vorstellen. Oder so in der Art halt. Ich liebe ja schwarze Autos. Der da. Das sieht richtig schön aus. Ja, und es gab immer wieder so ein paar Leute. Leute, die gesagt haben, hey, ich würde mich gerne an der Kamera beteiligen. Ich würde gerne was zugeben. Die ganze Zeit wirklich. Also es ist jetzt nicht irgendwas Erwundenes von mir. Das gab es wirklich. Und ich hab mir da meine Gedanken gemacht. Bin dann überlegen, ob ich mir nicht einen kleinen Account anlege. Ich weiß noch nicht, wie, wo, was, wo, wann. Keine Ahnung. Wo man mir spenden kann. Also es ist jetzt dieses Jahr, dass ich euch anbettel. Bitte gebt mir Geld. Das braucht ihr nicht. Wer möchte und wer kann. Leiert euch da dann am Ende nicht bitte die letzte Marke aus der Rippe. Der könnte mich dann unterstützen. Also vielleicht am nächsten Mal was dazu gibt. Also nicht, dass ich jetzt sage, ihr müsst mir das geben. Wer will und wer kann, der könnte sich dann an der Kamera beteiligen. Und bin damit erstmal in den Vorkassen gegangen, weil das für mich halt ein besseres Gefühl ist, als wenn ich sage, yo, ich spende mir das Geld. Und wenn das Geld voll ist, dann kaufe ich die Kamera. Weil das wäre ja dumm. Weil ich glaube nie, dass ich die 360 Euro so voll hätte. Und das erwarte ich auch gar nicht. So ist das ganz fein. Und ich glaube, so könnte man das am besten regeln. Wer was dazu geben möchte, kann dann was dazu geben. Und wer nicht möchte, der muss halt nicht. Ist ja alles freiwillig. Was mich aber auch noch aufregt, ich habe ja gerade über die Reifen gesprochen. Guck mal hier bitte. Muss das sein. Muss das sein. Ich verstehe es nicht. Ich verstehe es nicht, warum man alles vermüllen muss. Ich verstehe es nicht. Hört ihr das auch? Actros V6. Ist das nicht schön? Ist das nicht ein schöner Sound? Da hinten. Ach ja. So, ich bin wieder mal im Auto. Ich gucke jetzt mal, wo ich hinfahre. Ein bisschen laufend ist anstrengend. Ich habe, ohne Schleifwerbung zu machen, Scania-Jagg an. Also, wirklich, ich will keine Schleifwerbung machen. Das ist auch nichts bezahltes. Also, ob ich irgendwas von Scania bezahlt bekomme. Aber ich glaube, das ist mit die beste Jacke, die ich besitze. Ich habe eine Wellenstein-Jacke, die ist nicht schlecht. Aber die hier, du brauchst nur, ich habe nur ein T-Shirt drunter. Guck mal. Ich habe nur ein T-Shirt drunter bei. Vorhin waren es 13 Grad. Diese Jacke ist einfach, die hält warm. Die ist echt so eine Bombe. Ich liebe diese Jacke. Ich liebe sie einfach. Bin am überlegen, ob ich noch irgendwo was zu essen habe. Vielleicht schmeiß es dann auch einfach in die Gegend. Das ist ja modern und das scheint ja gut zu sein. Alter, ich mache mich mal los. So, das, was ihr jetzt seht, könnte euch eventuell, eventuell aus dem ETA schon bekannt vorkommen. Oh, ein Lamborghini. Ich glaube, den hat man gar nicht gesehen. Man hat ihn kurz gehört, glaube ich. Für all die jener, die die Promots nutzen und öfters mal in Frankfurt rumfahren, die werden wahrscheinlich diese Stricke jetzt hier kennen, die 661. Hier ist der Tunnel. Jetzt machen wir hier diese Rechtskurve an den Schallschutzwänden erlang. Ist ja im ETA auch so, ne? Da vorne ist die Geschäftsstelle von der Eintracht. Und hier sind wir in echt. Im ETA gibt es das jetzt nicht, aber im ETA ist hier die ewige Baustelle. Alter, ich weiß nicht. Es sieht mittlerweile recht weit aus, aber die Baustelle ist schon hier, seitdem ich mich erinnern kann. So, hier sind 60. Hier fahre ich auch nicht immer mal 60, weil hier steht öfters mal ein Blitzer. Allein kommt einer, glaube ich, angeschlossen. Der kann gerne angeschlossen kommen, das ist mir scherzegal. Hier ist das Stadium vom FSV Frankfurt. Hier unten, äh, die Kamera hält schon drauf. Genau da, wo die Kamera jetzt drauf hält. Ja. Ja. Hier geht es runter, auch im ETS geht es hier runter. Auf der Standard-Map und auf der... ...Dromatz. Aber bei Standard-Map kommen wir jetzt von unten. Also das ist jetzt, wir kommen jetzt... Wir sind jetzt auf dem Teil, wo es auf der Standard-Map beim ETS gar nicht gibt. Wo man gar nicht langfahren kann. Von unten kommen wir beim ETS. Ja. Und bei der Promatz kann es ja von beiden Seiten kommen. Also ich bin jetzt bei Scania. Aber viel zur Zeit gibt es hier nicht. Die haben hier drei schöne grüne Streamlines. Abgemeldet. Gefallen mir aber. Und da haben die da noch einen. Das ist ein Neuerer. Also klar, das ist ein Neuerer, aber... Das ist doch gar nicht so alt, weil der hat schon die Bezeichnung 500S, nicht S500. Da hat der Daimler dagegen geklagt oder was. Fokussier dich mal anständig, bitte. Danke. Die hatten ja dagegen geklagt, dass es ja eine Verwechslung kommen könnte zwischen Scania S500 zum Beispiel und einer S500. Also S-Klasse, ne? Wirklich viel zu zeigen gibt es hier nicht. Einmal umsonst darauf nachgefahren, mehr oder weniger. Wobei der jetzt sagen muss, der grüne Scania hier, der Next-Gen Scania, der grüne 500S, der sieht schon nicht schlecht aus. Der gefällt mir auch. Aber irgendwie hat es mir der Mercedes gerade immer noch am meisten angetan. Christ, ich weiß. Vielleicht wirst du mich jetzt hassen, wenn ich sage, dass ich der Mercedes toll für die. Aber irgendwie, der Mercedes sah schon nicht schlecht aus. Das muss man einfach mal zugeben. So, ich fahre jetzt nochmal nach MRN. Hier vorne ist zwar auch ein MRN, aber da steht halt nur einer. Und hier direkt so an der GAS, an der Hauptchance. Was machen die denn? Ich bleibe mitten auf der Straße stehen. Man muss die Leute nicht verstehen. So, ich bin jetzt wieder in Frankfurt. Ich bin aus Offenbach raus. Also ich bin wieder in Deutschland. Ich bin frankfurterisch erzogen worden. Das tut mir leid. Ne, das tut mir nicht leid. Wir sind jetzt bei MRN. Kennt ihr ja auch. War mal ja auch schon zusammen. Und wir haben hier zwei neue. Also in weiß finde ich den auch nicht schlecht. Da hinten haben wir auch nochmal zwei. Da werde ich wahrscheinlich im Videoprogramm nochmal da ran zu müssen. Zwei neue. Und was wir auch noch haben. Und das ist meiner Meinung nach auch nochmal wichtig zu zeigen. Ich habe hier mal einen neuen Lions Coach. Ich bin jetzt kein Bus Fan. Ob der neu ist oder nicht. Das kann ich euch nicht sagen. Ich stimme es mal an, weil der den neuen Scheinwerfer vom neuen MRN hat. Zehn hier. Sogar zwei. Da haben wir hier noch den neuen TGL dürfte das sein. Auch der ist hier in Frankfurt am Start. Das war jetzt das, was ich euch nochmal zeigen wollte. Ihr habt mir gedacht, komm. Die neuen MRN, die haust du auch gerade nochmal mit ins Video. Muss ja was Neues im Video haben. Wobei der Actress war ja auch neu. Ich glaube von dem Träumschritt noch oder so. Keine Ahnung. Der sieht auch so geil aus, wenn er halt noch so poliert ist. Also so ganz neu. Sehen die Autos ja eh nochmal ganz geil aus. Hätte der jetzt Seitenverkleidung der Weiße. Und Lufthörner und weiße Spiegel. Und eine schönere Sonnenblende. Vielleicht die vom Individuellein. Keine Ahnung wie der heißt. Dann sähe da ganz geil aus. 510er. Da weißt du Bescheid. Ich muss mal gucken. Also wie gesagt, wenn ihr Lkw fahrt, habt ein Lkw, wo ihr sagt, yo, wenn du Bock hast, stell dir doch vor. Und es ist nicht allzu weit von mir weg. Also wenn ihr jetzt in Hamburg wohnt, dann komme ich nicht nach Hamburg gefahren, um Lkw vorzustellen. Wenn ihr jetzt hier in der Ecke wohnt. Ecke Frankfurt. Oder es irgendwie einrichtbar ist, dass ihr irgendwie in der Ecke seid. Wenn ihr wisst, ich bin dann, 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 dann kannst du vorbeikommen. Würde ich mich freuen. Ich würde vorbeikommen. Ich meine, ich habe jetzt eine anstrengende Kamera. Kann mir aber was vorstellen. Und dann lässt sich da bestimmt was machen. Und so neue Lkw vorstellen, das hätte ich halt auch richtig Bock drauf. Immer noch. Aber mit Corona momentan weiß ich nicht, wie die das wollen. Und ich will es eigentlich auch vermeiden. Deswegen müssen wir da halt noch ein bisschen warten. Leider Gottes. Vielleicht ergibt sich ja die Möglichkeit, wenn irgendwann mal der neue DAF raus ist, dass ich dir vielleicht vorstelle. Also ich weiß doch nichts. Aber vielleicht. Na gut. Ich würde sagen, es ist 12.40 Uhr, Essen fassen. Ich stehe jetzt hier natürlich wieder voll. Das Bild ist doch mal scharf oder was. Geht's. Aber ich bin ja eh gleich weg. Mal gucken, was es so gibt. Ich habe hier so eine schöne App. Gut, ich habe was. Ich habe was. Erstmal gediegen hinfahren. Ja, jetzt stehen die hier schon. Jetzt stehen die hier schon. Fahrräder in einem Trival. Auszuschälen. Hallo, ich hätte gerne einmal die YZ17. Nein, das war's. Jo. YZ17, das war's doch gerade wieder kompletter Dinger. Karte, bitte. Dankeschön. 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 Jetzt gibt's erst mal Futter. Futter und Trinken. Das habe ich mir nach so einem anstrengenden Arbeitstag aber auch verdient, oder? Ich habe mir von Anfang was zum Betrinken mitnehmen sollen. Ich habe so einen trockenen Hals. Ich entschuldige. Jetzt kommt die wieder vor. Schön. Lecker. Winteressen. Ich wundere mich jetzt aber auch nicht mehr, warum ich so dick bin. Und jetzt mache ich mir so ein bisschen mehr. Und das ist das Video. Ich habe mir so ein bisschen mehr Aufwand. Ich habe das Video. So lässt du das Leben als YouTuber. Das YouTube-Money, das ermöglicht mir das einfach zu kaufen. Ich muss auch nicht mehr arbeiten gehen. Ich habe ganze Nacht daheim und mache irgendwelche Videos. Also das ist schon ein geiles Leben als YouTuber. so nachdem man mit dem essen fertig ist, schmeißen wir raus weiter gehts natürlich nicht natürlich macht man sowas nicht das war jetzt ein witz ein witz war das hier ich hab das teil wieder dabei ich schmeiße es bei mir ins auto damit ihr seht da runter bitte ihr seht es weil man schmeißt sachen nicht in die ödnis sondern die schmeißt man da an wo ein mülleimer ist entschuldigung aber wo ein mülleimer ist da kann man das dann schön entsorgen dafür sind mülleimer ja eigentlich auch da weiß ich nicht ob das so schwer ist zu verstehen aber so und jetzt kann ich euch mal zeigen wie man das macht mit dem müll entsorgen fahren jetzt einfach mal durch die lkw tankstelle durch auch geil dass man sich hier mitten in den weg stellt und pennt also das sind echt schlausten leute da haben wir eine mülltonne so mit dieser mülltonne kann man folgendes machen ich weiß nicht ob das schwer ist auf jeden fall mache ich euch gleich gerade mal ein kleines tutorial ein kleines tutorial wie man das macht man nimmt diese dieses objekt und schmeißt es dann in dieses behältnis eine äußerst schwere sache das verstehe ich da musst du auch schon drei gehirnzellen haben um das handeln zu können weil der eine ist ja zum atmen da die andere zum laufen und die andere kann halt diese aktion dann übernehmen wegzuschmeißen sehr schöne jetzt habt ihr jetzt habe ich euch das auch noch gezeigt also ich habe heute wieder meinen bildungsauftrag erfüllt das leben eines youtubers ist kann so verantwortungsvoll sein das wisst ihr gar nicht es wisst ihr gar nicht wirklich ich glaubt dass mir auch so gar nicht eigentlich ja leute das war's dann auch von meinem sonntagsvlog ich hoffe euch hat das video gefallen ich hoffe das war ein schöner mix den ich euch heute gezeigt habe gebracht habe keine ahnung wie man das jetzt sagt ich bin auf dem heimweg ich werde mich jetzt gleich wahrscheinlich ans video schneiden machen ich weiß nicht wann das video rauskommt ich denke mal vielleicht mittwoch oder sowas ich bedanke mich fürs zusehen diejenigen die es hier geguckt haben könnt ihr mal irgendwas kommentieren wie gesagt irgendwas was euch gerade so einfällt irgendwie keine ahnung lasst euch was einfallen ihr seid ja sonst auch immer so kreative leute bei hate kommentare schreiben und so seid ihr da auch immer so kreativ also lasst euch was einfallen wie gesagt wenn ihr vorschläge habt was ich filmen kann wenn einer vielleicht einen lkw hat oder ein lkw fährt wo er sagt hier hast du Bock den vorzustellen und es sich einrichten lässt sehr gerne und damit ich mehr von dem zeug hier bringen kann weil das macht mir doch ziemlich spaß eigentlich ich muss mir nochmal angewöhnen dass mir das nichts ausmacht dass die leute mich beobachten beim filmen ich mache mich jetzt nach hause ich hoffe euch hat das video gefallen bis zum nächsten mal